Die Ferien sind vorüber, die Schule beginnt. Herzlich willkommen zum aktuellen Newsflash aus dem Bezirk Amstetten. Zum Thema Schulbeginn ist natürlich das Thema Schultasche und Rucksäcke ganz aktuell und da sind wir am Hauptplatz bei Scribo. Welche Schultaschen sind da die gängigsten aktuell? Ja, also wir haben verschiedene Firmen im Sortiment. Eigentlich die bestgehendste Marke ist bei uns die Step-by-Step Schultasche, wo es verschiedene Modelle gibt zur Auswahl. Angefangen von der Leichtschultasche bis eine unbaubare Schultasche in sehr schönen Modellen, Designs für Mädchen und für die Buben. Die zweite Marke, die angesagt ist und die gern für die Eltern gekauft wird, ist die Ergoback Schultasche. Gibt es in Schultaschen-Variante und Rucksack-Variante, auch in sehr schönen Designs und Farben. Was sind so die Lieblings-Designs bei Jungs und Mädchen? Bei den Mädels kommt natürlich immer gute Farbe. Pink, Lilla, alles was Sternchenfehn, Einhorn, ja die beliebten Mädchen desens. Bei den Jungs? Bei den Jungs war heuer so das Feuerwehrmotiv, Landmaschinen, nach wie vor Dinosaurier ist aktuell, Tiefseetach, also ja Polizei nach wie vor. Also es gibt eine große Auswahl an, also da findet sich jedes Kind seine Lieblingsschultasche. Gibt es eine große Auswahl. Wo liegen wir da eigentlich preislich ungefähr bei so einer Schultasche? So um die 270 Euro. Also 270 gibt natürlich auch ein bisschen günstigere und auch ein bisschen noch drüber. Jetzt ist ja eigentlich eher die Zeit von den Rucksäcken. Warum ist das jetzt die Zeit? Weil bei uns eher zu Ostern die Schultasche der Osterhase bringt und da jetzt eigentlich die meisten die Schultasche schon haben. Und jetzt ist eigentlich Rucksack-Thema angesagt für die Mittelschule. Also das ist jetzt die bestgehendste Zeit eben für Rucksackkauf. Ihr liebe Annemarie, und ihr habt da bei euch eine super Aktion für die Schultaschen und Schulrucksäcke? Ja, beim Kauf einer Schultasche bei uns bekommt man einen 30 Euro Gutschein. Den kann man dann einlösen für die Schulsachen, alles was man sonst noch braucht, Handarbeitskoffer, Schultüte, das ist wie Bargeld und das kann man dann eben auch einlösen. Sehr wertvoll jetzt gerade. Ja, in Zeiten wie diesen kann man diesen Gutschein sehr gut gebrauchen. Ja, beim heutigen Newsflash holen wir sich Informationen direkt aus erster Hand und zwar vom Bürgermeister von Amstetten, Christian Haberhauer. Baustellen war das große Thema im Sommer 2023. Wie ist die aktuelle Lage? Was für Baustellen gibt es? Ja, einer der größten Baustellen ist der Hauptplatz. Da haben wir im Sommer eine kleine Sperre machen müssen für drei Wochen. Ab Sonntag war die Baustelle noch geschlossen, jetzt ist sie wieder frei und man kann von der Linzer Straße wieder über dem Hauptplatz ganz normal drüber fahren. Die nächsten Baustellen, was auch sehr erfolgreich gestartet sind, ist der Kindergarten in Eckersdorf. Da wird gerade die Bodenplatte betoniert und der Aufbau beginnt mit unseren Professionisten und da schauen wir, dass wir nächstes Jahr im Sommer fertig sind und dann den Kindergarten öffnen können. Eine nächste große Baustelle ist natürlich das Bad. Da sind wir total im Zeitplan. Da entsteht gerade das Restaurant und das Freizeitzentrum beziehungsweise das Vereinshaus. Die Dachgleiche wird da in Kürze erfolgen und ein ganz ein tolles Projekt haben wir auch noch. Das ist das Primärversorgungszentrum in Mauer. Da wird in Kürze auch die Dachgleiche sein. Soweit sind wir für den Winter wettergeschützt und der Innenausbau kann vonstatten gehen. Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für die direkte Information. Bitte, sehr gerne. Thema Zinsentwicklung ist ja momentan ein ganz interessantes, auch für junge Leute. Wie sehen Sie das Ganze? Also ich muss Ihnen sagen, diese Zinsentwicklung ist in meinen Augen wirklich nur für Banken ein Gewinn. Ja, das Thema Zinsen ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Wie sind Sie betroffen von dem Ganzen? Die Zinsen sind nach wie vor immer etwas zu wenig. Wenn man die Zinsen am Sparbuch oder am Konto vergleicht mit den Kreditzinsen, ist das eigentlich absolute Frechheit. Kreditzinsen 12%, Sparbuchzinsen mit viel Betteln vielleicht 2% oder Festgeld 0%. Ich habe eine Warnung, bin ich vor einem halben Jahr umgezogen und da habe ich mir einen kleinen Kredit genommen. Es ist nicht so extrem, aber wenn man alleinstehend ist und eine Warnung und einen Kredit und keine so große Pension hat, ist leider nicht so angenehm. Na ja, für die Häuserbauer wird es wahrscheinlich schlecht sein, weil natürlich die Mehrkosten und das Ganze, was da entsteht, die werden sich das nicht mehr leisten können so, wie es früher war. Da ist es einfach hoch gegangen. Wie war es bei Ihnen früher? Na ja, wir haben halt gebaut, wir haben verdient gut, wir haben noch arbeiten dürfen, wenn wir sagen, überstanden etc., dass wir Geld verdient haben. Da ist es leichter gegangen. Ja, die Zinsen waren früher auch hoch, aber das hat sich halt alles ausgeglichen ein bisschen. Wenn man keine Zinsen bekommt, aber viele Zinsen zahlen muss. Unser Sohn möchte Haus bauen, kann nicht, weil er sich das nicht leisten kann. Glauben Sie, dass die Entwicklung noch besser wird? Nein. Für junge Leute ist das eine enorme Auswirkung, weil die Vergabe von Krediten wird immer strenger, immer restriktiver. Man schaut, sie brauchen 40% Eigenmittel für den Wert einer Eigentumswohnung eines Hauses. Es ist nahezu unmöglich, dass sie selbst besser verdienende junge Ehepaare etwas schaffen. Was glauben Sie, hat das für Auswirkungen auch für junge Leute, die vielleicht ein Haus bauen wollen, eine Wohnung kaufen wollen? Die stehen plötzlich vor dem Nichts, weil sie sehr viel Geld für nichts und wieder nichts hergeben müssen. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen einen schönen Schulbeginn und Ihnen alles Gute.